Einen wunderschönen guten Tag, ihr wundervollen Menschen da draußen. Kennt ihr diese Situation, wenn ihr Rainbow Six Siege spielt oder irgendeinen Rankt und ihr habt einfach für Tage gar keine Chance gegen die Gegner? Egal was ihr macht, ihr kriegt nichts gebacken. Ungefähr so ging es uns die letzten Tage, bis auf diese eine Map Border. Da war es mal umgedreht und am Ende gab es sogar nochmal ein Zitat dazu von ERA, der die Situation perfekt eingeschätzt hat mit Ich glaube, egal was die Gegner gemacht hätten, sie hatten keine Chance. Das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Aber ich würde sagen, schaut doch mal selbst. Was banden wir? Das ist der schlechteste Elite-Skin, das sie jemals ausgebracht haben. Ich finde jetzt diese ganzen Anime-Charakter-Skins sehr schlimm. Du hast da einen Ace, der da irgendwie super dünn rumrennt. Du hast diese Anzug-Skins sind ja wohl absolut schlimm. Ich suchte mal ein kleines PC-Setup für meinen Bügeleis überlegen, dann könnte man auch klippen. Oder wird nicht so. iPad, Tablet. Office und Archive? Ich pick noch um auf Nomad, dann haben wir mit Gridlock und Nomad eigentlich alles safe. Das ist eigentlich ein gutes Setup, weil ich glaube, Brava, ich gucke mal, was sie spielen, aber sonst würde ich auf Nomad umpicken. Du kannst halt auch Yana spielen, wenn du möchtest. No, fühle ich gerade nicht. Schon wieder Szenenwechsel verkackt? Jo, kommt. Heute verkack ich den. Moin, Toxic Gamer AMK. Ja, denkt dran, ne? Wir wollen über Office und Co. aufbauen. Da braucht man nicht drüben spawnen. Wir müssen rumlaufen. Was haben die denn alles? Wisst ihr das? Oryx, sehe ich. Oryx und Roog kommen zu Wintergarten. Major Tom, wir brauchen nicht drüben, ne? Falsche Seite. Jo. Ich drohne jetzt noch kurz Eastias hoch. Ah, Eastias oben. Roog. Vorsicht, da ist Roog Eastias. Die Stairs ist gedroppt. Sehr gut. Kommt aber direkt wieder hoch. Nice. Das war Roog oder was? Ja, Roog. Okay. Ich habe, ich brauche, ich brauche Vision. Warte. In, in Break Room. Äh, leg ich nicht Stinger-Track hin. Kannst du die dahinter schmeißen? Es ist schon alles. Will chill down. Hold ihn, hold ihn. Es ist schon alles Stinger gelegt. Es ist schon so, dass sie eigentlich nicht mehr kommen können. Ach du Scheiße. Okay. Moment, Glänz ist frei. Ich fahr ran. Ja, da ist nix. Ihr könntet auch, hier warte. Jetzt Gadget, Gate, ist gehackt. Und Pieper auch. Oryx, flank irgendwo. Hinter der Bomb. 90 irgendwo. Könnte auch CC kommen. Ich halte 90. Ich halte 90. Ja, ist hinten, ist CC. Ich sehe ihn nicht. So, netto, scherz mal im Weg. Vigree von hinten down. Ich muss nachladen. So, deine Waffen schreit. Wo? Nice. Da hat jemand Bock mit der LMG? Oder ist die Taste eingeklemmt? Bisschen Sperrfeuer. Bisschen Action. Bisschen Angst. Ich wollte eigentlich einen Nomad Trap und auf einmal kommt meine Drohne raus und ich denke mir, Scheiße, ich bin auf einem anderen Operator. Ich dachte, ich spiele Nomad. Aber das war geil. Dadurch, dass ich das Lasergate hacken konnte, konnte ich einfach durch. Das war gar nicht so unübel. Und den Pieper auch. Das hat nicht mal gepiept. Die wussten nicht mal Bescheid. Sie hatten keine Ahnung. Und dann wurden sie einfach zerstört, dezimiert, ausgerottet, ausgelöscht. Genau, so wie in meinem einen Short. Zerstört, dezimiert, vernichtet, ausgerottet, gelöscht. Aus der Runde genommen, entfernt. Operatorenüberzahl wurde hergestellt. Es gab ja jetzt mittlerweile das Feedback von wegen, wir sollen das mit dem Operatorenausgleich sein lassen. Sind die unten? Ja, ja, ja. Okay, äh, haben die Kappa... Oh, Kapkan ist oben. Ist das? Kapkan geht 90. Der wird wahrscheinlich Office oben. Wollen wir das über Office spielen? Also, ich würde oben einnehmen. Aber denkt dann, Kapkan kann Office sein, ne? Oh, Vigil, E-Stars. Ja, Vigil, E-Stars. Hat meine Drohne. Ist definitiv E-Stars. Äh, Catwalk. Ah, äh, Care. Ist Spawnpeak, Ära. Ich Drohne mal hin. Oryx, Hallway. Ja, toll. Ja, immer noch Catwalk. Ja, ist jetzt bei Brake. Zwei Leute Brake. Oryx und Wigil. Aber irgendwas ist doch noch E-Stars. Hallway, Oryx, vier, geht Metal. E-Stars unten sauber. Ich höre Arke, Akos. Und Armory. Oryx, Armory. Arke, Fiskil. Ich geh die, äh, die Kapkan-Traps hacken. Oryx, Small Room. Pipa. Oryx, Pipa. Weggeflogen. Nice. Hier sind noch Kapkan-Traps, die ich gehackt habe. Jo, dann lass mal du mal. Boah, hier war noch Vigil übrigens, ne? Care. Der kann Break oder so sein. Oh, Vigil unten. Geht Workshop. Nee, ist PC. Vigil, Workshop. E-Stars, äh, Metal-Stars. Metal-Stars geschoben, Vigil. Immer noch Metal? Bist du das? Nee, hat nur geschoben. Kann nicht, confirm. Ich schieb jetzt E-Stars runter und halt E-Stars von unten. Joost, ich spreng dir mir die Wand auf. Pass auf. Ah, my bad. Ich hätte den Vigil gehabt, der liegt da in der Lobby. Tut mir leid. Hinter dem Pesk. No, tatsächlich auf plant. Jo, Vigil Lobby. Luck is it. Der ist geinjert. Der ist geinjert. Nein, die sind beide. Der, äh, Rook, PC und Customs. Eras, tut mir so leid. Der ist nicht injured, by the way. Der war injured. Der hat sich Rook-Armor. Workshop last. Ey, Eras, tut mir so leid. Alles gut, alles gut. Ey, das ist echt auf dieser Map. Ey, die Symbole sind halt ganz, ganz halbgrau. Also, das siehst du halt nur ganz dünn. Ja, gut, halt auch mit dem Sledge. Alles gut. Ich dachte, jetzt kriegst du ein. Nee, das wollte ich nicht. Ey, das ist scheiße, das tut mir leid. Dachte jetzt gerade, jetzt holen wir uns den. Und der andere halt Customs dann. Also, die Nomad Charge von ERA oben war einfach Big Brain Move. Hab ich mit Sledge mal eben einen Nomad Charge dahingeschmissen. Ja. Oh, schussige Oaks. Das war top. Ja, nee, dann war sie nicht Big Brain, dann war sie einfach nur okay. Dann war sie halt so wie immer, ne? Dann war sie halt, ja. Nö, nö, trotzdem falsch ist. Alles gut. Ich hab nur nicht gewusst, wer das war, genau. Ey, könnt ihr mit dem Clip übrigens, ne? Minato und Fabi, könnt ihr mit dem PMen? Oder irgendwo posten im Discord? Von vorhin? Und denkt dran, zwei Subs noch, dann gibt's einen Rucksack. Als Giveaway. Dann Sub mal reinwerfen. Mhm. Ja, das ist in Top Floor, ne? Jo, alles klar. Wollen wir dann wieder über Objekt? Ja, 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 ja. Okay. Drone has located a bomb. Dann nehme ich die Decke mit. Ähm, ich würde bitte von Glass runtergehen. Entweder, also da musst du halt Hardcore treffen. Ich würde das wieder wie vorhin machen. Wir brauchen Termite. Jo. Danke. Aber wir brauchen nicht zwei EMPs. Ich glaube auch nicht, dass wir einen Floris brauchen. Da wär's vielleicht besser. Oder Ash, passt auch. Hey Sascha, ich grüße dich, mein Schöner. Hey, pass auf East. Raumpeak. East, ist was? Wo? Die haben irgendwo aufgeschossen gerade. Nee, East ist sauber? Ja. East ist confirmed sauber. Nee, äh, CC. Jo. Break room, break door, break door. Ist das? Eram? Ja, ja, ja. Dog war das. Ich Drohne nochmal. Meine Drohne steht noch. East, der ist soweit sauber. Ähm, 90 auch sauber. Ich komm mal kurz dran. Ich hack die Cam. Era, bitte nicht kaputt machen. Ist schon kaputt, sorry. No problem. Oh. Ach, Office, Office. Aber das Gridlock-Ding ist noch rausgegangen auf East. Ich hab die Cam auch auf East. No, ich bin da oben. Äh... Deploying talent shield. Auf dem Desk steht die Ahu-Ding. Noll. Injured da oben. Noll. Office. Care. Da war noch was hinten. Flashbang. Ich pack dir mal ERA eine Drohne nach hinten. Ich hab schon eine. Ach, hast du ja? Und uns Dinger sind da auch noch. 90. Office rein. Nice. I'm dead. Und einer im Metallschrank. Cam gehackt. 2 auf B. Okay, ich könnte auch... 90, 90 push was. 90 push was. Dann Breacher. Ist sie immer noch da. Unten kommt jetzt die Eleby-Lobby. Eleby kommt East. Ist noch nicht dran. Ich sag, wenn sie an die East. ist jetzt unten im Hallway. Ist injured. Metal Detector zum Krook. Hallway. 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 Least Sears. 90. Und Metal Sears. Metal Sears geht Rook runter. Ach, diese Brava ist so geil. Diese East. Diese 90 Cam ist halt einfach zu OP. Hockt immer noch Metal. Ja, Metal Sears. Detector. Nein. Ach man. Er ist immer noch da. Kommt jetzt wieder. Aber gut gespielt. Nice. Oh man ey. Ich hätte so viele Kills haben müssen. Aber gut. Das C4 von Capcom. Info war auch wichtig. Glaub ich. Tu mal. Das C4 von Capcom war schon geil. Das C4, Junge. Ich war einfach Legend live in der Cam, Alter. Wie der einfach seinen Teammate wegfällt. Ey, ich glaub's nicht. Ohne Rook wärst du bei der Teammate, glaub ich, tot gewesen. Ne. Was wollten ihr haben, Valkyrie? Ja. Ist, glaub ich, gut auf der Map. Ja, hab ich was machen, ja. Äh, scheiße, scheiße, äh, in Zweifelsfall immer den hier. Ich steh gerade immer richtig, keine Ahnung. Die rennen mir einfach auch in die Schüsse rein, förmlich. I don't know. Aber das, äh, jetzt, äh, das kriegst du ja nur hin wegen den guten Calls. Also, dann noch. Das wollte ich grad sagen. Secure the bombs. Bedi mach mal Cam hier. So. Auf die Lampe, genau auf die Lampe. Stopp, Mann. Die Fall sind so cool. Hopp for it located a bomb. Be ready for assault. Stopp, man ist irgendwie klar. Die safe in Camps, ne? Keine Drohne. Ja, Oswald ist hier verstärkt. Äh, äh, äh. Verstärkt, aber ist okay. Brauchen wir noch Walls, sonst würde ich noch Routen verstärken. Ja, ich brauche einen auszumann noch. Wir spielen mit einem ADS weniger. Ei. Ja, ich wollte das zweite platzieren und er hat das irgendwie nicht in die Hand genommen und dann hab ich einfach mein anderes zerschossen. Wo ist das? Wo ist das? Keine Ahnung. Wir haben es drei Runden lang versucht. Wir machen es einmal. Funktioniert sofort. Rapidly, Rapidly Armory irgendwie schon? Ich schieße einen East auf. Oder ist das einer von euch? Nee, East ist sauber. Archives haben sie jetzt aufgeschossen. Archives. Äh, boah. Da ist auch schon was. Archives. Ich brauche mal jemanden auf Camps. Ventilation, Catwalk. Ventilation, Catwalk, also Vent, Window. Ich mein, äh, Meeting. Ist hier sauber? Ja. Ich bin da oben drauf, ja? East ist? Camp ist auch sauber? Ich hab keine drunter da. Ich hab gerade eben noch Steps gehört, wie... Willst du? Nomad ist, ähm, Archives, Window. Wow, East ist, East ist, East ist. Woiiuiuiui. Ich komm über Metals jetzt hoch, an Zeit. Ja, Pushen Archives. Zwei Archives. Letzten beiden. Eine Archives Window, eine Archives Door. Oh, Nomad ist tot. Jetzt wird zwar an der Tür. Einer Window? Eine Window, eine Tür. An Wann zwei Window, oder? Die Twitch war an der Tür. Aber können wir nicht... Oh, das war die Twitch. Nein, hinter mir, Matt ist ja. Matt ist ja. Matt ist ja. For me, Max. Lasst sie kommen, Q-Rank. Oder so. Joop, sorry, ich hab nicht gerafft, dass sie Nomad down ist. War mein Fake Call. Ey, Alter, wie viele Schuss bitte? Diese Unicorns, ne? Jeder Gegner, ein Schuss. Jeder tot von uns. Wir, vier Schüsse. 4-0, schönes Ding, ja. Das war eine gute Runde. Die hab ich gefühlt. Das war so eine Runde, da hatte man so das Gefühl, die hätten machen können, was sie wollen. Ja. Ich muss auch sagen, die haben halt auch nicht... Ja, so wie wir letzte Runde. Aber die haben halt auch überhaupt nicht getroffen, ne? Gerade? Also, so wie wir die Runde davor. Aber die haben halt gar nicht getroffen. Wir zumindest ein bisschen. Könnt schon mal, äh, äh, dingsen. Ich hol mir nur mal ganz schnell was zu essen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Ansonsten, falls ihr wissen wollt, was ich sonst noch mache, folgt mir auf den sozialen Medien. Alle Links dazu findet ihr unten in der Description. Wenn ihr sonst noch irgendwie was sagen wollt, haut die Kommentare raus. Ich freu mich, diese zu lesen. Habt noch einen wunderschönen Tag, Abend oder Morgen. Bis dahin. Ciao. Ciao.